Ja, es war natürlich, als ich den Termin erfahren habe von Basti und die Einladung bekommen habe, habe ich gleich mir im Kopf gedacht, das könnte eng werden. Weil wenn ich natürlich jetzt gestern bei der Hochzeit dabei gewesen wäre, dann wäre ich jetzt in diesem Zustand hier nicht an dem Ort. Und das Young Wings Turnier, das steht eben schon sehr lange im Kalender und ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil in meinem Jahresrhythmus und eben auch für Young Wings. Ja, da habe ich dann schon ein bisschen hin und her überlegt, ob wir kurzfristig irgendeine Lösung finden können. Aber im Endeffekt musste ich ihm dann leider absagen. Aber ich habe ihm schon gratuliert. Ich denke auch, ja, ich freue mich für ihn, dass das so gut passt und dass er jetzt das genießen kann. Ich denke, der hat sich ja gestern auf seine Hochzeit konzentriert und da versucht, Spaß zu haben. Und das ist nicht so wichtig, dass er den Gratulanten da zurückschreibt. Der soll ruhig erstmal die Zeit genießen und wir sehen uns schon wieder.